Hallo und herzlich willkommen. Ich bin Julia von Farbcafé und heute geht es um 5 Mythen über Miniaturen in Aquarell. Ich liebe es, Miniaturen zu malen. Natürlich auch in Aquarell oder vielleicht gerade auch in diesem Medium. In der Uni habe ich immer Miniaturen mit Tutsch gekritzelt und dann winzig klein und hauchzart schraffiert. Je kleiner, desto besser. In meinem eigenen Kopf und in den Köpfen einiger Kommilitonen gab und gibt es immer noch einige Mythen, mit denen ich heute zu diesem Thema mal aufräumen möchte. Erstens, Miniaturen sind unscheinbar. Wenn man mit unscheinbar meint, dass Miniaturen nicht auf 100 Meter Entfernung einen Wow-Effekt auslösen, das mag sein. Aber wer so etwas pauschal behauptet, hat noch keine minutiös ausgearbeitete Miniaturmalerei gesehen. Der große Charme dabei entsteht doch erst, wenn man mit der Nase ganz dicht bis ans Glas ranrückt und so all die feinen Details entdeckt. Wer schon mal probiert hat, mit einem Buntstiftöl oder Aquarell kleine und feine Details zu malen, wird ganz schnell von dieser Einstellung ablassen. Man, ich kann heute echt nicht reden. Miniaturen sind umso beeindruckender, da sie viele Details und eine wundervolle Wirkung auf einem winzigen Format ermöglichen. Zweitens, Miniaturen gehen ganz schnell. Darüber kann ich eigentlich nur lachen. Also darüber kann jeder nun wirklich nur lachen, sobald er es ein einziges Mal selbst probiert hat. Klar, es gibt auch Miniaturen, die nur ein paar Minuten brauchen. Aber das liegt dann am Motiv. Man kann das mal wieder überhaupt nicht pauschalisieren. Ehrlich gesagt bekomme ich ja bei solchen Pauschalisierungen schon fast Stresspickel. Man kann für eine Miniatur, so wie für diese hier, tatsächlich zwischen 20 Minuten und einer Stunde brauchen. Das ist gar nicht mal so lang. Dieses Motiv ist aber auch gut geeignet, um schnell zu arbeiten. Andere Miniaturen dauern da schon länger und ich kenne eine Künstlerin, deren Miniaturen haben früher mal mit einem einstündigen Projekt angefangen und jetzt braucht jede Miniatur etwa acht Stunden. Das liegt nicht daran, dass sie etwas schlechter oder langsamer geworden ist, sondern daran, dass sie immer und immer mehr Details in das winzige Format einer Münze quetscht. So entstehen beinahe fotorealistische Bilder auf einem winzigen Format. Sie arbeitet so klein und so detailliert, dass da kein normaler Drucker mehr mit der Auflösung klarkommt. Ihr Buch und ihre Re-Prints zu produzieren, war eine echte Odyssee. Von dem ich spreche? Von Lorraine Lutz, mit der ich vor einiger Zeit ein inspirierendes Interview führen durfte. Ihre Miniaturen sind inzwischen weltweit bekannt und sie hat aus ihrem Hobby ein echtes Lebensprojekt gemacht. Ich gebe zu, ich hätte auch gerne mal die Zeit und die Ruhe, acht Stunden an einem Bild von 3 auf 3 Zentimeter zu arbeiten. Drittens. Miniaturen sind was für faule Leute. Ich glaube, diese Aussage habe ich mit dem Punkt 2 schon ausreichend beantwortet, aber man kann es mal wieder nicht pauschalisieren. Es kommt wirklich ganz, ganz individuell auf die Person, auf die Motive und auf die Arbeit, die man investieren will, an. Man könnte auch mit einer Lupe dasitzen und mit einem einzelnen Haar Details malen. Nennt das dann noch jemand faul? Es kommt mal wieder auf die Herangehensweise an und auf die Fähigkeiten, die Zeit und noch so viel mehr. Viertens. Mit Miniaturen verdient man kein Geld. An dem Gedanken ist tatsächlich etwas Wahres dran, denn oft wird Kunst nach Fläche bezahlt. Ein für mich völlig unverständliches Kriterium. Ich kann für ein Bild, das ein Quadratmeter groß ist, eine Stunde und für eine Miniatur von 2 auf 2 Zentimetern 16 Stunden brauchen. Nach Fläche zu zahlen ist der reinste Humbug und wird meines Erachtens nach nur von Banausen praktiziert, die damit einzig und allein die verwendeten Materialien abgleichen wollen. Es gibt sogar einige Beispiele von Künstlern, die ihre Miniaturen nur versteigern und damit Erlöse von um die 1000 Dollar erzielen – pro Bild. Andere wiederum veranschlagen 800 Dollar pro Bild und sind über Jahre hinweg im Vorhinein ausgebucht, obwohl sich die Kunden nicht einmal das Motiv aussuchen dürfen. Wir sehen also, wir können hier gar nichts partialisieren. Mit Miniaturen kann man genauso Geld verdienen wie mit großformatigen Gemälden auch. Viertens. Mit Miniaturen ist man so eingeschränkt. Nein, eigentlich gar nicht. Man kann so ziemlich jedes Motiv, in wen es sich klein malen, das man auch in groß malen kann. Man könnte theoretisch auch ein riesiges Miniaturbild machen, auf dem dann unendlich viele Motive sind, die aber alle klein sind. So bekommt man viel mehr Bild aufs Papier. Du könntest zum Beispiel ein DIN A3-Blatt voll mit winzigen Blüten malen. Wäre das dann eine große Miniatur? Hm. Wenn ich ganz, ganz ehrlich bin, dann verstehe ich diese Aussage nicht einmal zu 100 Prozent. Inwiefern sollte man denn eingeschränkt sein? Wenn man sich mal völlig frei macht von dem, was man schon anderswo gesehen hat und deswegen für möglich hält, dann kann man doch alles in einem Miniaturformat malen, oder? Warum keinen winzigen Wal malen oder ein winziges Auto? Die Pyramiden von Gizeh oder den Äpfelturm? Egal, wie groß etwas ist, man kann es auf ein kleines Format malen, wenn man einfach nur die richtigen Werkzeuge dafür hat. Hm. Da bekomme ich gerade direkt wieder eine Idee für ein nächstes Video oder eine kleine Challenge. Aber zurück zum Thema Mythen. Kennst du noch weitere Mythen? Fallen dir noch weitere Mythen über Miniaturen ein, denen du vielleicht selbst im Alltag begegnest, oder schwirrt dir etwas im Kopf herum, bei dem du bei genauerem Nachdenken merkst, dass die Aussage so nicht hundertprozentig korrekt ist? Schreib es in die Kommentare und lass mich daran teilhaben. Das wird bestimmt lustig. Wenn dir dieses Video gefallen hat, dann freue ich mich natürlich über ein Däumchen nach oben, oder du kannst meinen Kanal abonnieren. Du findest mich auch in unterschiedlichen Shops, zum Beispiel auf meinem eigenen Shop, bei Etsy oder bei Amazon. Außerdem kannst du mich bei meinen Kursen besuchen. Dort findest du online alles, was du wissen musst und kannst ganz bequem von zu Hause aus lernen. Du kannst mich natürlich auch auf Facebook, Instagram oder Twitter besuchen und auch abonnieren. Ich freue mich über jede Nachricht von dir. Und wenn du möchtest, kannst du mich auf Patreon unterstützen. Alles Liebe und bis zum nächsten Video. Ciao! Hey! Thank you! Vielen Dank.